hey leute ich weiß dass heute einerseits dieses video kommt auch noch ein live spielmann weiß und ich weiß auch nicht ob ich über aficial spielen soll nämlich habe ich festgestellt dass ich es vergessen habe ob ihr es glaubt oder nicht nehmen davon habe ich jetzt aufgenommen aber ich habe da für mich war das schon ihre führung das heißt da habe ich jetzt noch ein aufnummerverdruck gewahrt ja dann ja also also was ist mir hat aufgefallen dass am montag und am mittwoch die aufnahme richtig kurs war faktor ist daran da ist auch nicht so viel schalt zum rennen machen will ich will dass das schnell vorbei geht also dass ich nicht so schnell rennen machen ja ja hm hm ja leute das heißt damit was das und wir sehen uns dann heute noch mal wieder nehmen like dann stopp non das ist was es 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 Bis zum nächsten Mal.